Hallo, ich zeige dir nun, wie du gute Beitragsbilder erstellst. Ein Beitragsbild ist später ein solches Vorschaubild, wie du es hier auf der Startseite findest. Ich habe jetzt hier als Beispiel dieses Bild hier von mir ausgewählt. Und du siehst, dieses Bild ist ungefähr 4 MB groß und hat diese Abmessungen. Und das ist für das Internet eigentlich schon viel zu groß, denn du musst überlegen, wenn jetzt diesen Artikel jemand über das Smartphone aufruft, dann muss er ungefähr 4 MB erstmal herunterladen, nur allein für dieses Bild. Und das ist viel zu viel, denn letzten Endes einen so großen Bildschirm hat auch niemand, weder zu Hause beim Laptop noch im Smartphone, dass er diese Größe hier bräuchte. Das geht ganz einfach und unkompliziert mit dem Programm Irrwan View. Den Download-Link dazu für dieses kostenlose Programm findest du in der YouTube-Videobeschreibung. So, das öffne ich jetzt hier mit Doppelklick und dann kannst du hier mit Image, Resize, Resample die Abmessungen bearbeiten. Und für ein Artikelbild reicht eigentlich 1200 Pixel auf der größten Seite. So, nun speichern wir das Ganze, zum Beispiel hier auf meinem Desktop. Und dann kannst du hier oben mit dem JPEG-Qualitätsregler einstellen, wie gut die Qualität später sein soll, wenn du das Ganze jetzt speicherst. Also ich würde dir empfehlen, als Dateityp JPEG auswählen und dann hier mit Qualität 80 zu speichern. Das ist vollkommen ausreichend. Dann vergebe ich jetzt hier noch einen Dateinamen, zum Beispiel Artikel-Test, speichere das Ganze und wenn ich mir jetzt das Bild hier ansehe, sehe ich, okay, es hat jetzt 366 Kilobit. Das ist wirklich schon gut und ich sehe mir jetzt hier die Unterschiede mal an und wie du siehst, so viel Unterschied von der Qualität macht das jetzt überhaupt nicht aus. Muss man halt ein bisschen austesten. Vielleicht geht auch Qualität Stufe 70. Musst du sehen, wie gut du später die Qualität des Bildes haben möchtest. Und wenn du dann fertig bist, gehst du einfach dann hier in deinem Artikel auf Beitragsbild festlegen und lädst dein Bild hier hoch, Artikel-Test, Einfügen, Hochladen und wenn es hochgeladen ist, gehst du auf Beitragsbild festlegen. Und das war's auch schon. In diesem Sinne, viel Spaß!